Diese hier angebotene Sechs-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 204 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2300 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017